Hi, ich bin Stefan und wir befinden uns hier bei Kinterstadt in Eimsbüttel in Hamburg und ich zeige euch jetzt mal den Numistuhl ab sechs Monate. Im anderen Video habt ihr ja schon die Babyschale gesehen, die von null bis ungefähr sechs Monaten läuft und geht. Hier ist der Stuhl, der weiterführende Stuhl und hier seht ihr im Grunde auch die anderen Kunststoffteile, die Sitzfläche, die Trittfläche und auch den Bügel. Optional kann man natürlich noch einen Tisch mit zukaufen oder Polster für den Sitz und für die Rückenfläche. Er ist einfach zu montieren, er wird einfach nur eingesteckt, hat im Grunde hinten zwei kleine Ösen, die man rausfiltert und rauszieht. Also ihr braucht da auch kein Werkzeug für. Wird einfach nur eingesteckt in die Sitz und festgemacht und ihr könnt natürlich halt auch die Höhe hinten mit Fixierung verstellen. So ist jetzt erstmal die Grundeinstellung und nachher, wenn das Kind im Grunde halt auch größer wird und der Bügel nicht mehr erforderlich ist, machen wir ihn ganz normal ab. Dann können wir unten das Fußteil verstellen, stufenlos auch. Ich mache ihn mal ganz nach unten. Dann können wir das Sitzteil verstellen, indem wir es weiter nach unten setzen oder natürlich halt weiter nach oben. Das schöne bei dem Stuhl ist natürlich auch, dass er bis 150 Kilo belastbar ist. Also man kann sich auch selbst draufsetzen. Ich zeige euch das mal. Es ist sehr bequem zu sitzen oder wenn man mal Bekannte hat und man braucht einen Stuhl, hat man sowas natürlich immer an der Seite. Oder man kann ihn halt auch schnell wieder zurückbauen, indem man die Fixierung wieder löst, ihn wieder nach oben stellt, festdreht, die Sitzfläche wieder nach oben stellt, den Bügel wieder nimmt und ihn einführt und wieder festmacht. Und schon hat man wieder den Kindersitz ohne Werkzeug. Ja, das war's. Also es gibt natürlich auch in verschiedenen Farben. Also ihr könnt ihn zusammen konfigurieren, wie ihr möchtet. Er ist auch Anti-Kipp-gefährdet nicht, weil er hinten Rollen hat. Also er rollt auch mal weg, wenn das Kind sich mal abstoßen sollte. Und ja, falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne uns anrufen oder schreibt uns eine E-Mail oder kontaktiert uns über die Social Media Kanäle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bleibt gesund. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Ciao.